In diesem Video erwartet euch ein Angezockt von Voxelands. Das Ganze ist gerade in einer Demo auf Steam und ist ein neues Game. Ich finde die Grafik ziemlich geil und ihr seht hier sozusagen das allererste Level. Viel Spaß damit, lasst ein Like da und bleibt bis zum Ende dran. Wir testen Voxelands. Ich habe nur den Trailer gesehen dazu und auf Steam, dass es eine Demo gibt, die kostenlos ist. Und da würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf Normal rein in das Game und drücken einmal Continue. Kann ich nicht drücken. Wir gehen einfach rein und starten eine Kampagne. Die Welt sieht ja mal ultra genial aus. Schaut euch diese Textur an. Alles besteht aus Voxeln. Ich habe hier ein Schwert, womit ich schlagen kann. Da oben sehen wir mein Stamina, mein Food und so weiter. Hier ist ein Rettungsring. Oh, kann ich den abbauen? Nein, den kann ich nicht abbauen. Ich kann auch nicht mit dem interagieren. Oh, mit dir kann ich interagieren. Hallo, Aaron. What's the problem? Okay, irgendwas ist außer Kontrolle. Ja, äh, take this and start blasting. Was? Ich habe eine Maschinenpistole gekriegt? 13 Monster muss ich jetzt töten? Oh mein Gott. 13. Ich habe eine Pistole. Oh mein Gott. Ich muss irgendwelche... Sind das die Monster, die ich töten muss? Wow! Das sind Slimes einfach. Okay. 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 Das ist ja... Oh, 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 oh. Ich finde die Grafik richtig cool. Kann ich das Huhn töten? Ciao, Huhn. Oh, eine Raupe. Ciao, Raupe. Mir gefällt die Grafik übel gut. Oh, hallo. Wer bist du? Byron. Bei dir kann ich einkaufen. Und zwar Munition. Und eine bessere Waffe. Es ist einfach Minecraft, aber mit einer Waffe. Okay. Wir müssen noch 10 Monster töten. Noch 9 Stück. Also die Welt und die Grafik gefällt mir auf jeden Fall. Huch, wer bist du? Was bist du für ein Viech? Ciao. Okay. Denk dran, es ist eine Demo. Oh, hier sind zwei. Oh, es lädt automatisch nach. Diese Slimes finde ich ultra cool. Da hinten ist noch einer. Da hinten. Oh, da sind mehrere. Da drin auch. Guck mal. Wow. Spawnen die vor mir? Da ist noch einer. Ah! Hilfe. Halleluja. Ich kriege die da und noch 7 Stück. Komm. Oh, oh. Nachladen. Shit. Huch. Komm schon. Alles klar, noch 4 Monster. Kann ich hier... Ah, hier kann ich hoch springen. Wie hoch ich springen kann, ist krass. Ich dachte, da drin steht ein Monster. In diesem Haus oben drin. Oh, hier ist eine Kiste. Okay. Interact. Ja, geil. Hat sich gelohnt. Hier ist ein Pilz. Hey. Super Mario. Nein, schade. Ich bin nicht gewachsen. Wir gehen hier in dieses Haus rein. Und schauen mal. Was ist denn dieser Kiste? Wow. Ist das... Hier sind Pommes. Wenn ich die esse, geht mein Food hoch. Das ist ja geil. Ich habe eine Pizza. Eine Würstchenpizza. Oha. Geil. Und hier ein Medi-Kit. Coins. Hier, guck mal. Das da will ich eigentlich treffen. Aber... Da treffe ich nicht rein. Was soll das? Den Jungen hier. Wie komme ich da rein? Ist hier die Tür? Ja. Ciao. Erledigt. Hä? Da ist noch... Da war noch der Rest von ihm. Drei Stück muss ich noch erledigen. Da drin. Da drin sind noch welche. Bam. Erledigt. Und da noch. Waren das alle? Hä? Ich habe doch... Das war noch jetzt... Ne, noch ein. Hä? Das ist ja mega. Also mir gefällt die Grafik vor allem. So im schönen Voxel-Stil. Oh nein! Ist das schlecht? Sterbe ich, wenn ich im Wasser bin? Nein. Hüi. Ich weiß nur noch nicht, was das ganze Ziel ist von dem Spiel. Oh, hier ist... Boah. Uiuiui. Wir haben es erledigt? Wir können mit Imiya reden. Okay. I think I got them all. Toll. Ja, natürlich. Bla, bla, bla. What now? Ich will das Universum... Was? Universum retten? Ich brauche drei Oath-Orbs. Okay. Um ein Portal zu aktivieren. Orbs, if you will. Wie finde ich dir? Ich muss Byron helfen. Okay. Und... The Doma... Und Celia. Okay. Auf der Karte sind die alle markiert. Alle, alle... Wow, wir haben hier eine ganze Insel. Alles klar. Den Byron haben wir ja schon gefunden. Was ist das für ein cooles Spiel? Wie gesagt, das ist eine Demo. An die ich mich jetzt hier gerade rangewagt habe. Hallo. Ja, ja, ja. Do you sell Orbs in this economy? You must be... Sorry. I mean, really? I would selling... Okay, yes. Meet me out back in two minutes. Okay. Zwei Minuten später. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Hallöchen, mein Freund. Wo gehst du hin? Okay. Now what? Er hat einen Orb. Aber er braucht meine Hilfe. Ähm... Er... Er braucht eine Lieferung, die illegal ist. Was? I'm too scared. Ich soll den Schmuggler... Äh... Mieten. Okay. West Coast. Alles klar. Zur West Coast. Die West Coast ist hier oben. Da. Auf zum Schmuggler! Geil, Alter. Ein Abenteuer. Bist du der Schmuggler, Alter? Hallo? Aaron? Hey. Bist du der Schmuggler? Nee. Ah, nee. Das ist mein Freund hier. Ich brauch den Schmuggler. Ah, warte mal. Hier ist... Hier ist... Ah, da, 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 da muss ich hin. Okay, okay. Hier unten. Da ist der Schmuggler! Schmuggeli! Komm mal. Hallo? Are you okay? Wieso bist du nackt? Er schwimmt offensichtlich. Ja, bla. So, okay. Bla. Okay. Ja, 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 okay. Oh, ein Pickle-Sew. Okay. Level up! Ich hab'n Level up! Jetzt kann ich mich hier leveln. Okay, ich kann mehr Damage jetzt machen dadurch. Ist das hier die Ware? Hab' ich die Ware jetzt überhaupt bekommen? Nein, ich brauch Towels. Handtücher muss ich finden. Für den Schmuggler. Finde ich die hier... Warte mal. In diesem Bereich... Handtücher? Der Pro braucht Handtücher. Okay. Hier ist ein Äpfel. Legen die hier einfach rum. Towels sind doch Handtücher, oder nicht? Da unten vielleicht. Was ist das? Ein geheimer Platz hier. Oh, oh. Oh, oh! Bernd das Brot! Und seine Freunde! Alter. Schwimm hoch. Tauch doch auf. Er taucht nicht auf. Warum auch immer ich nicht auftauche. Das macht mich gerade sehr wütend. Ich kann nicht tauchen. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Das war ein Boss hier. Hä? Ah, nee! Das sind die Towels, die... Oh. Das war der Wächter der Handtücher. Was ist das für ein Spiel? Okay, ich bring dem Schmuggler die Handtücher. Es ist wie gesagt nur eine Demo und nur ein Test. Ja. Schau mal her. Ich hab jetzt alles. Ich hab die Handtücher. Ja. Ach so. Und die muss ich auch... Ach so. Ah, das war die Ware. Ich muss die dem Byron jetzt geben. Alles klar. Byron. Verstehe. Kollege. Hier, das bist du. Hier hast du deine Handtücher. Ja. Bitteschön. Und jetzt hab ich den ersten Orb. Nice. Gut. Dann können wir uns zum nächsten kümmern. Ja. Hä? Wer die Demo spielen will, auf Steam ist die erreichbar, ne? Okay, hallo. Doma, was geht? Wer bist du? Äh, why all the boxes? Okay, vielleicht zieht er um und so weiter. Multiple, da, da, da. Maybe I can help. Okay. Ich muss... In der Krypta. Jetzt neun Monster töten. Aber wie komm ich in die Krypta rein? Ähm. Die Krypta. Der Eingang in die Krypta. Gibt's hier irgendwo ein Hinter... Ist es hier unten? Nein. Hier kann man irgendwie die Leiter hoch. Der Eingang... Oh, hier. Ne, ich muss gar nicht in die Krypta. Ich muss einfach die hier killen, oder? Ne, die muss ich nicht killen. Ich muss irgendwo rein. Oh ja, hier. Ich glaub, das sieht aus. Mach mal kurz da. Hier. Oder? Oh, wir haben ne neue Waffe. Oh, da brauch ich aber... Oh, der Eingang in die Krypta. Äh... Endnote. Duh, duh, duh. Front. Couldn't kill Slimes. Go home. Have taken the key. Mr. Briggins. Wer ist Mr. Briggins? Ey! Wow! Wow! Da wurde ich aber hardcore-mäßig gerade hops genommen. Ich brauch Mr. Briggin. Wo ist der Kollege? Der hat den Key. Bist du Mr. Priggin? Ja! Ich brauch den Key! Ja, ja! Äh... Oh, nein. Oh, es ain't this funny thing about me. Jetzt muss ich... Zu Wendy. Ich werd nur hin und her geschickt. Wendy. Ist die... In der Richtung unterwegs? Ne, hier ist die Key. Wo ist Wendy? Mr. Briggins. Ich suche Wendy. Hier ist Celia. Wendy! Ist der Punkt! Alles klar. In die Richtung. Ey. Okay. Ich werde von A nach B geschickt und von C nach B. So. Ne, das ist der Zassi. Stopp. Hier ist Wendy, Alter! Äh... Ich brauch die Key. Talk to Zassi. Zassi, ist der da? Oh, der führt mich jetzt wohin? Oh, der führt mich jetzt wohin? Oh, der schickt mich nur von A nach B gerade. Zassi mit dem Totenkopf hinten drauf und mit dem Iro. Der führt mich jetzt wohin? Ich bin... Der schickt mich nur von A nach B gerade. Aber was ist jetzt seine Mission? Da geht's rein! Ist hier der... Ist hier ein Geheimgang? Oh, ist das ein... Oh, Leute! Aufgepasst! Bam! Nice! Wir sind drin in der Gruppe da. Easy going. Hey, das ist schon cool gemacht. Auch wenn es sehr viel A nach B schicken ist. Erledigt. Kann ich looten? Wow. Wow, wow, wow. Oh, Gott. Hier, hallo. Ciao, Kakao. Noch fünf Monster killen. Es ist schon cool gemacht. Komm, jetzt muss ich nachladen. Der hat viel Leben hier, der Typ. Komm. Erledigt! Hier ist noch ein kleiner. Wie viele Monster noch? Noch zwei. Nice. Noch eins. Wo befindet sich das letzte? Oh, guck mal hier. Eine Explosion. Oh, Sprengfässer. Ich lieb's. Warte mal, wenn ich das mache, kann ich das da anziehen? Äh, Pin Use. Geil. Okay, wir haben Schuhe gefunden. Hier geht's. Oha. Da gehen wir später rein. Ich brauch noch einmal ein Monster. Vielleicht gibt's das Monster nur da. Oh, das ist hier. So, erledigt. Nice. Ich hab den dritten Orb. Äh, den zweiten. Meine ich. Hey, das ist cool. Jetzt gucken wir mal, was da unten drin ist. Wow. Einfach ein Minecraft-Shooter irgendwie. Dieses Spiel. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Alles klar, hier hätte ich auch reinschwimmen können. Okay. Wir haben zwei Orbs. Jetzt, ne, hä? Noch ein Monster remaining. Shit, man. Aber ich hab den Orb. Eigentlich kann ich jetzt die Hauptquests gleich abschließen. Ich glaub, das andere sind einfach nur unnötige Nebenquests. Guck mal, wir gehen jetzt nämlich in den Bereich von Celia. Lassen die anderen Quests mal sein. Ähm. Schau. Das hier ist Celia. Hallo, Celia. Was geht? Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Awesome. Okay, ich muss einmal. Was? Of resource obtained. Was heißt das auf Deutsch? Was muss ich jetzt machen? Muss ich tauchen? For a booty. Muss ich ein Boot finden, oder was? Muss ich tauchen? Sagt es mir, wo ich hin muss? Search. Ah, ja. Da hinten. Da. Sehr schön. In Minecraft ist es nicht da hast du recht. Aber ich glaube, das ist, das kommt noch. Huh. Huh. So. Hier haben wir Loot. Reicht das? Oh, ich hab ein Level up. Ich will mehr leben. War's das? So, wo führst du mich hin? Komm schon. Wo führst du mich hin? Sag mir doch. Ja. Okay. Second clue ist einmal hier lang. Oh, oh. Lol. Ein Kürbiskopf. Das war's. Oder? Nein. Ist hier irgendwas zum Looten? Äh. Hä? Was soll denn hier noch sein? Ah, hier ist eine Kiste. Lol. Die war vergraben. Okay. Und jetzt bitte gib mir den letzten Orb. Du sollst mir jetzt den letzten Orb geben. Komm schon. Dann hab ich nämlich die ganze Quest erfüllt. Und die Demo durchgespielt. Glaub ich. So, ja. Einige hin. Okay. Einmal hier ums Eck hüpfen. Und dann ist hier eine Kiste. Äh, ja. Okay. Komm schon. Äh, na, 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 na. Ja. Ich hab alles. Und das geben wir jetzt ab. Die drei Orbs. Muss ich jetzt abgeben, dass der das Portal öffnen kann. Muss der Kollege Schnürschuh nochmal. Welcher war das denn nochmal? Kill the Ozone. Mr. Briggins. Ich muss zu... Hä? Ist hier irgendwo einer? Ist er da unten drin? Oh, hier unten gibt's ein Secret. Und so ist er... Nee. Hier komm ich her. Äh. Hä? Ich muss hier hinkommen. Ich hab den Schlüssel gefunden. Das ist schön. Und gut. Aber wo ist mein Freund? Dem ich die Orbs geben soll. Na, geben wir dem jetzt erstmal seinen Schlüssel. Der hier. Nee. Wem muss ich die geben? Mr. Briggins. Der war da hinten. Die Stimmen von den Bewohnern sind anstrengend. Ja. Guck mal. I found a key. Thanks. Äh. Lief. Und jetzt sag mir doch mal, wo der Kollege ist, der mir das Portal öffnet. Der ist hier nämlich nicht auf der Karte. Ist das der hier nicht? Bist du nicht mein Freund hier? Sassi, nein. Wo war der Freund, wo gesagt hat, er öffnet das Portal? Der war hier drin, ne? Du da. Aaron. Ich hab die drei Orbs. Geil. Da oben ist das Portal. Ganz oben auf dem Turm. Ganz, ganz oben. Halleluja. Wie weit oben noch? Nice. This is triggered. Oh, warte. Ein Orb. Zweiter Orb. Dritter Orb. Wow. Okay. Thanks for playing the demo. Wishlist the game.